und herzlich willkommen zurück zu der geruhen spiel dishonored 2 mit emily cordwin sind wir hier gerade unterwegs gerade noch auf dem boot dreadful whale von der megan forster und wir wollen gerade schauen dass wir die rune die ich da gelockt habe finde eventuell muss ich dafür ins wasser springen ist mir durchaus klar das ist eine der befürchtungen die ich habe aber das wäre dann trotzdem okay das heißt ich glaube das muss man tun um das so zu erreichen und danach müssen wir genau wird dann speichern wir mal bevor wir jetzt runter springen und dann gehen wir jetzt auf tauchjagd das soll das ist irgendwo hier so drin ist es denn hier ist das okay und wir sollten auftauchen okay dann gehen wir noch mal drunter und schauen ob wir da nicht irgendwas verpasst haben also in die anderen stadt was man dafür bitte können aber ich glaube nicht dann wollen wir jetzt auch schnell wieder auftauchen bevor wir jetzt wieder zu wenig luft haben und ach ja ich muss zugeben ich werde auch immer ein bisschen nervös wenn ich so schwimme gehen spielen so und wunderbar wunderbar hier sind noch mal bolzen und gut okay incendiary bolt crossbow bolt far reach granate und die pistole schön und wir haben hier ein buch gefunden a fraction on my journey to the pandition content okay continent ich lasse es gerade so stehen und scroll noch ein bisschen runter und dann hoffe ich dass ihr alles gelesen habt ansonsten ja das werden wir nicht aufmachen stock of those notes bloodfly study das wäre tatsächlich interessant war die blutfliegen gab es im ersten teil noch nicht das heißt die kenne ich auch noch nicht jetzt lesen wir kurz mal hier so i wondered whether i have another book in me the bloodfly epidemic coupled with basic information on life cycle and behavior might make an excellent project for this old natural philosophers bloodfiles are exotic insects unlike anything else found in syrkonos i suspect they originated from the pandition content in groups of three or fewer they are harmless individuals won't attack leading me to speculate that each emits a scent that has a collective effect on a larger numbers of bloodflies bloodflies are attracted to rapid movement and sound their nests can be broken apart scattering the swarm and in particular the nests are quite susceptible for fire the insects require fresh corpse to lay the eggs which hatch in breathtaking fashion after a very short time more corpse in a zirconian city say during a crisis of plague mean more bloodflies interestingly in the last part of blood of a blood life life cycle they calm a great deal leaving a swarm they mold causing the wings to drop off afterwards each bloodfly lives solitary existence very odd bloodflies are largely restricted to sound preferring warmer climates like certain aging natural philosophers ja der arme sokolov hatte da keine ruhe damit genau äh ein weiteres buch und äh und äh und auch hier nochmal was zum lesen ja das heißt aber auch hier schon die wir wären mit großer wahrscheinlichkeit wären wir äh da drin ist irgendwas zum aufsammeln ich will das aufsammeln aber erstmal dieses audiograph und dann speichern wir zwischen und dann schauen was passiert so dearest emily or must i say your imperial majesty i have something that you and corvo must hear at the first opportunity that concerns the murders happening across the empire committed by this so-called crown killer when i left crystal years ago i swore i'd never again take part in any further political matters i've done my share of bad things and some good before and after the rat plague but here in karnaca i've uncovered a terrible conspiracy against you here at the bottom of the empire the cobblestone smell of death and corruption i'm staying with an associate mangan foster aboard her vessel the dreadful whale we'll leave for dunwald in the morning as soon as the tides are willing i keep thinking of the way sweet jesse mean was stolen from you and your father and i fear it might be your turn to face such turmoil well i know corvo would protect you with his life but please do not trust anyone there you are old man i was asked to pay you a visit wait what's wrong with you megan off we go so close to somewhere more private okay wir werden jetzt der megan ein bisschen weniger trauen so und ich muss jetzt zugeben ich habe keine ahnung wie ich mit diesem blutfliegen umgehen will ding wäre einfach schießen und wir schauen mal also ich habe immer inzwischen gespeichert falls es wirklich wirklich schief gehen wird dann werdet ihr das live mit erleben und dann schauen wir mal genau die türe zu machen zuschauen hm wenn die jetzt ok können wir mal schauen wie die sich hier verhalten die hm die bleiben da alle hm hm ich hätte das dann flammable whisky mitbringen sollen hm wir können ja mal reingehen so mit dem schwert schwingend bestimmt total gut gehen ok hat besser funktioniert als gedacht ok und für fünf münzen habe ich mich jetzt beißen lassen von diesen scheißviechern ja meinetwegen egal so genau wir wissen jetzt irgendwas ist mit der megan forster und dem sockerlauf passiert wir werden jetzt einfach ihr hm hm ja wir werden ja sehen was die geschichte so für uns breithält warum ist das hier? es ist Delilah Anton begann es einfach bevor er wurde sie haben historie aber er würde nicht mehr sagen ok ok das heißt du bist jetzt auch nicht überrascht dass ich jetzt schon hier bin und irgendwie nicht durch die Tür gekommen bin das finde ich natürlich auch interessant dass das dich irgendwie nicht verwundert aber ja ja so dann müssen wir das ja wir können hier hinten rum sneaken cool aber hier ist nichts oder ja schade ja 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 ich bin die Türel wir haben hier die Tür auf für sowas zum lesen wie immer ich werde es jetzt nicht mehr größer kommentieren ich habe das offen dann könnt ihr was lesen oder lassen so genau aber wir essen jetzt mal irgendwie jetzt sapf nach damit wir wieder geheilt sind ist uns leider nichts interessantes zu sehen gut dann schauen wir doch mal irgendeine zeitung aber ich glaube die haben wir schon zum 30.000 mal gesehen karnaka looks pretty from a distance but it's a city on the way down and the blood flies are bad this year okay dann reden wir mal all right you've explained part of it but what were you and sokolov doing here the old man loved karnaka but he caught wind of a conspiracy tied to the crown killer he wanted to warn corvo there are reports about tensions rising corruption street violence i didn't give it much mind usually the local authorities resolve that sort of thing the new duke has let things slide but sokolov concluded he might be the head of the conspiracy he came in looking shocked and if you've heard his after-dinner stories you know that's unusual we were going to set up for dunwall but something happened the crown killer yes the hatch ripped open and sokolov screamed all i caught was a glimpse of someone carrying him across the deck i followed as long as i could toward addermeyer institute it's run by the alchemist hypatia maybe the duke is using a patient of hers the crown killer addermeyer all right i'll get inside the crown killer has to be eliminated and if the alchemist will cooperate maybe i can learn something about what happened to sokolov wish me luck if you need my luck sokolov's as good as dead when you get done at the institute disable the watchtower once it's down i'll bring the boat around okay we'll take the skiff to the shore when you're ready ready for me to drop you at the docks yes yes ready let's go see the streets where my father grew up Off we go then. It won't do to be recognized. I'd take you to Ademeyer by boat, but security's too tight. The Grand Guard have a watchtower there. Go inland, and use the carriage station. Okay. Before his death, the old Duke of Sir Kono spent decades building up Karnaca. After Duke Luca Abel took over, he started draining the wealth out of the city as fast as he could. Orgies and week-long feasts. Having more fun here than we were in Dunwall, it seems. Watch yourself on the way to Ademeyer. The Duke's given the Grand Guard run of the city. Strangers get attacked on sight. I'll keep my head down. This is a good spot. Reach Ademeyer, take out the Crownkiller, and find out where Sokolov was taken. The alchemist Hypatia. She'll help if she can. Sokolov likes her. I'll see you later at Ademeyer. Just wait to bring up the boat until after I've disabled the watchtower. I'll see you later. 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 Das ist schlau. Das ist schlau so. Oder sowas. Genau, dann speichern wir mal und... Vielleicht wirst du ja gesund für dich. So, dann Flylava. Ja, könnte ja sein. Hm, das ist eine gute Frau hier. Verdammt, das Licht ist großartig. Aber ich gehe schlau. Wo bin ich davon? Okay. Ja, hier scheint tatsächlich noch... Wow, das war schnell. Wir sind ja direkt aufgebrochen. Und hier hängen aber schon Flaggen. All hail the new Empress. Her Majesty, Delilah Courtland. The hell. Ja gut, aber das ist auch leider erstmal die letzte Folge für heute. Und die ist Ende der Folge jetzt. Weil wir müssen jetzt noch uns vorbereiten auf dem Stream. Dann vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Vielleicht sieht man sich ja mal direkt live so im Stream. Fände ich total cool. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis bald.